Herzlich willkommen auf meinem Video-Kanal. Mein Name ist Dirk Linn und in diesem Video für Flieger, für Sichtflieger geht es darum, manche haben gleich den ersten Teil gesehen, meiner Flugplanung von Paderborn nach Malilochin, wie dann wirklich die Strecke war und vor allen Dingen der Rückflug. Wir hatten ja in Deutschland letzte Woche diese Katastrophe, dass hier alles überschwemmt war und das war eigentlich die Woche, wo wir zurückfliegen wollten und das hat unsere Pläne ein bisschen über den Haufen geworfen. Wie meine Entscheidungsfindung war, wie wir den Rückflug dann gemeistert haben und vor allem bevor wir auf den Rückflug gehen, vielleicht mal auf den Hinflug, weil wir am Samstag ja genau das richtige Wetter abgepasst haben. Das war wirklich der einzige fliegbare Tag. Sonntag wäre auch noch gegangen, aber wir schauen uns kurz mal die Strecke an, die wir geplant hatten und das ist eigentlich unsere Standardstrecke, wenn man so will, über Innsbruck rüber, dann Brenner und dann hier ein bisschen abgekürzt dort. Man kann es hier vielleicht auch ganz gut sehen von den Wetterlager, also genau wie das eigentlich prognostiziert war. Wir hatten hier eine ordentliche Bewölkung, aber ein tiefer Stratus, ein SC, der wirklich oben frei war und wir konnten gut über diese Wolken drüber, die dann über den südlichen Teil von Deutschland ungefähr bis Anfang Bayern lagen. Und dann hat man auch schon dieses Wetter, weil es gab ja auch schon ein Unwetter die Woche, in der wir geflogen sind. Wir sind Samstag am 10. Juli geflogen und es gab ja schon einige starke Regenfälle. Das ist übrigens das gleiche Tief, das sich über Deutschland nochmal eingedreht hat, das dann eine Woche später, Mittwoch und Donnerstag in den Westen, diese riesigen Überschwemmungen verursacht hat. Aber man kann hier schon sehen, auch in Bayern, wie die Lage dort war und es hat sich ja nochmal gedreht, dass dann wirklich eine Woche später das nochmal zurückkam. Das ist Innsbruck, also der Brenner war frei, wir konnten sehr gut fliegen. Und man sieht hier, die Gipfel waren schon in Wolken eingehüllt, also Passfliegen war angesagt. Und wir haben so ein bisschen abgekürzt, hier das ist nicht genau die Brennerstrecke, die wir haben, also über Bozen runter Richtung Gardasee, sondern wir konnten da relativ gerade runter Richtung Venedig fliegen. Wichtig ist immer, den Horizont zu beachten. Also ich habe mir immer so als Ziel gesetzt, wenn ich nicht durchschauen kann und keinen Horizont hinten in der Ferne sehe, dann wird ein Pass auch nicht geflogen. Und hier drauf achten, eben über diese Windrichtung, welche Windrichtung über den Pass drüber geht. Man weiß ja, wenn hier vom Pass der Wind von vorne kommt, da gibt es einen Rotor da hinten und es runterzieht. Also genügend Abstand auf alle Fälle lassen. Und wenn starke Sonneneinstrahlung ist, immer auf der Seite, wo die Sonne sehr stark ist, da sind die Aufwinder. Aber das wissen ja viele Alpenflieger. Deswegen immer ein bisschen aufpassen in den Alpen, gucken, dass die Pässe okay sind. Und wenn man irgendwo, sagen wir mal eine M- oder eine D-Meldung hat im Gafor, also man hat wirklich eine schwere Wetterlage und man kennt sich vom Ort nicht aus, lass das. Das ist wirklich für die Einheimischen dort, wenn jemand keine Erfahrung hat, diese Pässe besser nicht fliegen. Vor allen Dingen, wir waren voll gepackt, voll getankt. Vier Leute Gepäck in der 182er Cessna. Das heißt, auch die Steigleistung ist dann nicht mehr so gut. Gut nach zwei Stunden Flug ist ein bisschen Sprit raus. Trotzdem aufpassen auf die Performance der Maschine. Und das ist die Richtung Venedig. Ich habe ja gesagt, wir haben so einen Shortcut geholt. Hier sehen wir dann an Aviano vorbei. Es ist halt viel Funkerei dort, weil man immer auf die verschiedenen Frequenzen gesetzt wird. Dann Tessera, der große Flughafen von Venedig. Und dann geht es über Labinport direkt Richtung Pula bzw. Mali-Loschin. Das ist hier die Karte auf den Kopf gestellt. So eine Ortrichtung ist hier. Ich habe die Karte jetzt in Flugrichtung gedreht. So, und dann habe ich hier zum Beispiel Laguna. Und wenn man die Laguna von Venedig schon länger kennt, und wir sind dann schon sehr oft drüber geflogen, und dann sieht man, wie wenig Boote hier drauf sind, wie wenig Verkehr dort ist. Und an dem Tag war auch, glaube ich, hier von den EU-Ministern auch eine Konferenz. Das war also relativ gesperrt. Auch der kleine Flugplatz, der Lido von Venedig war, glaube ich, in dem Tag sogar geschlossen, wegen des Aufkommens der Politiker. Aber bis da drüber, also problemlos drüber geflogen, sind dann in Mali-Loschin gelandet. Und zwar, wenn man es hier sieht, auf der Strecke sind wir hier runter. Und wir hatten dort einen leichten Westwind, also noch von hinten rein in die Landebahn 2.0. Das kann man hier ganz gut sehen. Hier gibt es noch diese Bergkette, die uns übrigens bei Bora, beim Abflug, hat man eine andere Windrichtung. Da kam der Wind eben als Fallwind von der Landseite dort. Und dann hat man hier starke Rotoren. Und auch beim Start merkt man es ziemlich stark. Ich habe hier eine ansteigende Piste, also auch bei der Startrollstrecke aufpassen. Wir haben hohe Temperaturen, wir haben eine leicht ansteigende Piste, ansteigendes Gelände, plus eben mögliche Verwirklungen, die über das Land kommen bei Bora. Also, gerade wenn man mit der Performance am Limit ist, muss man gucken, ob das alles so passt. Bei uns war aber alles okay. Das heißt, wir konnten unsere Tage in Loschin genießen. So, das war der Flug runter. Wir haben also knapp vier Stunden gebraucht mit der 182er. Wind war alles soweit okay. Und dann nach einer Woche, beziehungsweise Freitag hatten wir den Rückflug geplant, kam nämlich genau mittwochs diese Lage in Deutschland. Wir haben dort ein Riesengebiet gehabt. Hier oben sieht man es noch über Nordrhein-Westfalen und Belgien und Niederlande, wo es den Rückflug an den Freitag dann auf alle Fälle erschwert hat. Und mit den ganzen Bildern der Unwetter wollten wir noch kein Risiko eingehen und haben dann zwei Tage verlängert. Zwei Tage mussten sein, weil eben an dem Samstag dort, den wir dann an der Brücke hatten, also zwischen Freitag und Sonntag, der Samstag, da war ein Höhentief, ein Höhendruck, besser gesagt, in Kroatien angesagt und eine relativ instabile Wetterlage dort. Und auch Sonntag und Montag war Bohrer angesagt, wobei das jetzt nicht so schlimm ist, weil wir dann nicht Richtung Osten fliegen, sondern eben nach Westen fliegen wollten. Und wenn wir uns mal die Meteogramme anschauen, ich habe hier mal Innsbruck rausgeholt, hier ist Samstag, hier ist Sonntag, dann sieht man eine relativ hochreichende Bewölkung, auch die Null-Grad-Grenze, dieser grünen Strich, den man hier vielleicht noch erkennen kann, bedeutet ungefähr bei Flight Level 120 mit Vereisungen zu rechnen. Also Null Grad bedeutet, dass Wasser dann entsprechend gefriert und oben drüber einen Ansatz auf die Flächen und auf die Scheibe geben kann. Und das ist jetzt zu vermeiden auf alle Fälle und nicht spaßig, das kann man kurzzeitig passieren, aber hier ist eine massive Wolkenschicht, die relativ hochreichend ist als Prognose. Und wir haben auch hier unten Niederschläge, wie man hier sieht, und das wollte ich auf keinen Fall gerade mit Passagieren in Angriff nehmen. Eben auch IMC, also mit Instrumentenflugverfahren, also IFA-Verkehr, hätte ich an dem Tag nicht gemacht, nicht mit der Maschine, mit der Performance und mit der Beladung, deswegen kam das gar nicht in Frage, an dem Tag zu fliegen. Und dann gab es eine alternative Route, weil man hat gesehen, dieses Tief dreht hier rein, Richtung Alpen-Nordseite, Staubewirkung hier und hier vorne unsere Schlechtwetterroute, die wir normalerweise fliegen würden, über Maribor, Wien, hier oben sieht man LOVV, das ist der Wiener Flughafen, da hat es auch nicht geklappt. Und das hat sich ausgeschlossen, vor allem wir haben hier zu erwarten, dann schlechtes Wetter und das muss auch nicht sein. Da es aber alles hier reingedreht hat, war mit der Zeit im Westen, bei Bern, einigermaßen Wetterberuhigung und auch die Pässe dort besser. Und das ist jetzt das Bild, man sieht jetzt so hier, 17. Siebter, das ist das Bild von Österreich, von Garfor, an diesem Samstag, dem wir nicht geflogen sind. Und das ist erschreckend, wenn man mal guckt, das Rot ist extrem mit starkem Gewitter mit dabei, Marginal, also grenzwertig hier oben. Selbst hier diese Schlechtwetterroute ist nicht fliegbar und gerade bei Bora, wenn wir über das Land fliegen würden, also Pula und Richtung Maribor, das schaukelt dermaßen und das ist gerade bei schlechter Sicht und bei drei Passagieren, die vielleicht auch nicht so flug erfahren sind, es ist nicht schön. Deswegen hat es sich für mich erstmal ausgeschlossen und wenn man nach Deutschland guckt, dann sieht man, es wurde jetzt langsam besser. Hier oben von Norden kam die Wetterberuhigung, auch gute Nachrichten für die Hochwasserkatastrophengebiete dort, aber es hing eben hier unten noch in den Alpen drin und die Pässe waren den ganzen Tag zu. Was ich mir angewöhnt habe, ist übrigens immer einige Tage vorher sich mit dem Wetter schon beschäftigen. Also das beim Abflug so, aber auch beim Rückflug so, dass man ein Gefühl für diese Großwetterlage bekommt. Und gerade durch diese Nachrichten, diese Katastrophennachrichten in Deutschland, kein Risiko. Und unser Plan B war, wenn wir es nicht schaffen sollten, über die Alpen drüber zu kommen, auf alle Fälle irgendwo landen und den Montag abzuwarten, weil am Montag gab es eine weitere Wetterberuhigung, aber wenn eine Chance da ist, wollen wir zumindest mal die Chance nutzen. Und das war so, dass wir in Innsbruck gesehen haben, auch da sonntags mittags ist es noch nicht gut. Wir haben immer noch diese Staubewegung dabei hochreichen, dort die Null-Grad-Grenze immer noch einer Stelle, die wir nicht gebrauchen können. Und das ist jetzt hier 18.07., die Voraussage. Und dann sieht man zum Beispiel hier Richtung Ungarn würde es wahrscheinlich sogar gehen, aber hier oben sieht man, der Rückweg über das voralten Land im Norden ist einfach dicht. Das nützt also nichts, hier nach Ungarn zu fliegen, dort wieder zu landen. Also die Ostroute war eigentlich tabu und vor allen Dingen wegen dieser starken Bohrer kann man hier mit ganz schön starken Turbulenzen auch rechnen, was für die Passagiere nicht gerade schön ist. Nicht zu sehen und das ganze Gewackel, der macht auch im IFA-Flug keinen Spaß. Außer vielleicht den Piloten, aber keiner, der mitfliegt. So und dann gucken wir mal über die Schweiz und das ist ganz interessant. Bei der Schweiz ist es so, dass hier im Westen langsam diese Wetterberuhigung kam, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und hier vorne, speziell am Gemfer See, der hier ist, da war es schon ganz gut und auch bei Bern hier oben, Bern versprach schon gute Sichten. Und da haben wir gesagt, okay, dann werden wir unsere Route anders planen. Mal reingesucht mit Sky Demon, sieht man hier diese Pässe, hier unten ist Lugano, hier ist Bern und das hier sind die Pässe. Und man sieht hier diese hohen Berge bei Sammedan zum Beispiel. Keine Chance drüber zu kommen mit einem Shortcut, also eine Abkürzung, das geht nicht. Aber über den Simplon-Pass, wahrscheinlich über Sion außenrum bei Bern, das müsste funktionieren. Und das war auch genau das, was wir dann geplant haben. Dann nochmal ein Blick in die Karte mit Flyable-Option, also der Fliegbar-Option mit Sky Demon. Und das haben wir uns angezeigt, hier die Alpen sind einfach dicht. Das war auch keine Option mehr. Man sieht also hier unten Slowenien, auch hier Maribor in IMC. Und hier unten diese verschiedenen Plätze hier über das Landesinnere von Kroatien, auch alles dicht. Aber hier rüber, über die Westalpen, über die Schweiz, das sollte gehen. Jetzt ist die Frage Endurance. Also wir haben einen starken Gegenwind, weil hier oben, das dreht sich so ein, also wir haben einen starken Gegenwind zu rechnen. Wir haben eine deutlich längere Flugstrecke, also eine Flugzeit. Jetzt müssen wir überlegen, reicht einfach unsere Maschine, die Endurance, trotz des Gegenwindes. Und die 182er, die wir haben vom LSV Riedberg, die hat eine Endurance von über 6 Stunden, gut geliebt zumindest. Und wir haben hier eine Flugzeit berechnet von ungefähr 5 Stunden, die auch ungefähr eingehalten worden ist. Bisschen mehr als 5 Stunden haben wir gebraucht, weil wir einmal runter und hoch mussten. Erkläre ich gleich, wir müssen mehr Sprit verbrauchen, deswegen noch länger Reisezeit. Aber zumindest war alles im grünen Bereich. Wetter war grün, Sprit war grün, Maschine war okay, also gute Sichten auch beim Start. Und dann ging es praktisch los, dass wir überlegt haben, ich habe das hier einen Tag später übrigens aus der Zeitung, dass in Oberitalien, in Italien, besser gesagt in Alpen und in Österreich eben genau diese Flutkatastrophe war. Und da war ich froh, dass wir da nicht versucht haben, irgendwas über Innsbruck, Salzburg oder über Wien zu machen, nur so als Zwischenspiel. Ja, morgens tanken, volle Tanks, wir waren im Limit drin, das heißt wir haben nicht zu viel Gepäck dabei gehabt, wir waren leichte Personen. Und die 182er war also in Envelope drin. Wir haben die Startrückstrecke uns angeschaut und wir brauchten die auch wirklich. Es war schon an dem Tag relativ warm. Und durch diese Bohrer, die wir von vorne bekamen, hatten wir auch wirklich diese Wirbel am Anfang. Wir sind ab oben, hinter der Baumreihe hat man schon gemerkt, dass sich die Maschine etwas schwer tut. Und gerade im Querabflug, da gab es nochmal einen Schlag drauf, dass eigentlich alle nochmal gekrallt haben. Und es gab schon die ersten Hinweise, wenn der ganze Flug so wird, dann wird es wirklich ein harter Ritt. Aber wir sind dann relativ schnell hochgegangen, in oberen Höhen auf Flugfläche 85, also 8500 Fuß. Und dort war es relativ ruhig, ruhige Luftschichten, wie man auch hier sehen kann. Sind wir jetzt also Richtung, das Norden ist hier. Ich habe mir extra die Karte in Flugrichtungen projizieren lassen auf Sky Demon. Wenn ich die Pässe fliege, dann will ich wissen, wo rechts und links ist. Und da ich nach Norden fliege, will ich immer gut wissen, wie mein Flugzeug reagiert. So nicht überlegen, dass man umdrehen muss. Also in dem Falle Passfliegen oder diffizierte Routen, habe ich immer die Flugrichtung und die Kartenrichtung synchronisiert. Hier unten sehen wir, der Nordpunkt ist auch hier. Hier ist Bozen. Hier ist dann der, da muss man gerade gucken, das ist der Gardasee. Riva del Garda ist hier. Dann geht es rüber Richtung Mailand, ist hier oben. Und Mailand hat eben eine Alpha-Kontrollzone, eine Alpha-Airspace. Und dort ist kein VFA-Verkehr erlaubt. Das heißt, ich muss dann mal runter von Flugfläche 8,5 auf 2.000, ich muss runter, fast in die Grashöhe. Und dann wieder Stein kurz vor den Bergen, Stein nach oben über den Simplon passt. Aber auch das hat funktioniert, die Maschine gibt das her. Und das ist so ein Blick von Oberösterreich gegen die Alpen. Dort sieht man hier diese Tiefebene von Norditalien. Und dann sieht man hier, dann kommen langsam die Berge. Das Rot eingefärbte heißt, in dieser Höhe, wie ich gerade fliege, habe ich hier keine Chancen. Das sind also Hindernisse. Das kann man einstellen, dass man also immer guckt, wo kommst du da rüber? Ja, unten logischerweise kein Rot, weil ich der Tiefebene drin bin und musste aber nach Milano. Also hier ist diese Zone, die ich angesprochen habe. Über den Kuma-See, da geht es vorbei, über den Lago Maggiore. Und dort geht es dann nach oben Richtung Simplon-Pass. Und da sieht man auch diese Seenplatten dabei. Und das ist jetzt der Simplon-Pass. Und da sind wir von 2.000 Fuß auf 9.500 Fuß hochgestiegen, um dort rüber zu kommen. Und das Schöne dabei ist, man sieht, die Wettervorher-Sage hat recht gehabt. Ich habe also keine Staubewirken dort. Man sieht ja hinten drin die anderen Pässe, die auch rot waren, weil auf der Nordseite war der Pass geschlossen. Und teilweise gab es schon einige Wolken, die hochgeschossen sind, wo man eine starke thermische Wirkung hatte. Deswegen, wir blieben da auf Nummer sicher. Sind da durchgeflogen. Man sieht also hier oben relativ gut die Gipfel oder sehr gut die Gipfel. Hier sind wir im Pass drin, im Simplon-Pass. Und da ist der Ausgang um diese Ecke rum. Und auf der linken Seite, auf der Westseite liegt dann auch Sion. Und bei Sion haben wir ein bisschen abgekürzt. Jetzt über die Wolken drüber. Das ist also der Rest der Staubewölkung, die dann deutlich weniger ist als im Osten. Und dort kommen wir relativ gut mit Flugfläche 8, 5, 9, 0 in der Größenordnung drüberfliegen Richtung Bern. Und von Bern ging es dann weiter über Baden-Baden und Frankfurt östlich vorbei nach Paderborn. Also hier sieht man die gesamte Strecke. Wir sind hier gestartet raus. Wir sind dann hier über die, über diese, hier ist Mailand, wo wir dann diese Ecke schlagen mussten, in die Schweiz rein. Und dort ging es dann über den Pass rüber, Bern durch, hier das Schwarzwald entlang, der noch ein bisschen bewölkt war, an Frankfurt vorbei. Und unser Alternate da oben war Kassel-Calden. Aber dem Tag war es wirklich so gut, das Wetter, dass unser Alternate eigentlich gar nicht in Frage kam. Und das ist jetzt nochmal dieser Plot auf Google Earth, den man ja auch dann aus Skyrim rausholen kann. Man sieht natürlich hier nochmal diese Höhen, die man hatte, hier relativ hohe Höhen, diese gelben, kann man auch wieder wahrscheinlich gar nicht gut erkennen. Und dann vorbei, Passflug, hier rüber Bern, Freiburg und oben die Landung. Ja, und das waren halt einige Stunden, über 5 Stunden. Sind dann kurz vor 16 Uhr gelandet, Passkontrolle, ausgeladen und hat alles geklappt. Aber diesmal, muss ich sagen, war es vom Wetter her sehr anspruchsvoll. Zumindest der Rückflug, der Hintflug war nicht business as usual, aber es geht auch. Und unser Plan B übrigens, ich habe es vorhin kurz gesagt, war, falls wir nicht über die Alten kommen, falls die Sichten zu schlecht sind oder andere Indikatoren da reinspielen, dann landen, übernachten, Montag weiterfliegen. Aber solange alles passt, in dem Fall hat alles gepasst, war es auch kein Thema mit genug Reservesprit. Wir haben noch ungefähr eine Stunde Flugzeit im Tank gehabt, in Paderborn, sind wir angekommen. War ein wunderschöner Urlaub, Mariloschi nach allen Fällen zu empfehlen. Es gibt einige Videos von mir dazu. Und ja, viel Spaß bei der Reise und ich hoffe, einige Piloten können damit was anfangen oder zumindest mal viele Dinge auch mal reflektieren, wie sie selbst getan hätten. Ich selbst bin reiner Sichtflieger, ich bin also kein IFA-Pilot, aber die Strecken können nicht weit genug sein und man kann auch als VFA-Pilot sehr viel fliegen und sehr viel erleben. Am besten gleich zum LSVR kommen, zum LSV Riedberg in Paderborn. Wir haben einen tollen Flugzeugpark, auch diese Maschine, die wir eben gesehen haben, die 182er, gehört dazu. Und wenn ihr Lust habt, dann einfach unter www.lsvr.de anschauen. Wer über mich, erfährt ihr über meinen Kanal und wenn ihr wissen wollt, was ich beruflich mache, dann geht einfach auf den Kanal von p-manent-consulting. p-manent.de ist die Webadresse. Und ich freue mich über jedes Feedback, jede Resonanz. Macht's gut, euer Dirk Lin und allzeit happy landings.